Ob die Sonne scheint, ob es regnet oder schneit, die Mitarbeiter des BMV sind immer unterwegs, um unsere Mülltonnen zu entleeren. Für uns alle ist das selbstverständlich. Wir stellen unsere Mülltonnen raus und das war es. Die meisten Probleme für die Mitarbeiter des BMV gibt es in der Winterzeit, um genau zu sagen, wenn es schneit. Viele verschneite Mülltonnen erschweren die Arbeit und kosten viel Zeit. Das muss aber nicht sein. Wenn jeder von uns den Schnee von der Donne kehrt und rund um den Kübel den Schnee wegschaufelt, erleichtern wir den Mitarbeitern des BMV die Arbeit wesentlich. Bitte denken Sie in Zukunft nicht nur die Gehwege, sondern auch die Mülltonnen vom Schnee zu befreien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017